ARD Text im Auftrag von Funk Wirst du sagen Danke Yo Yeaaah Digga was ist los mit dir? Lass mal bitte einmal einen 24 Stunden Stream machen Digga Ja, auf jeden Fall So, dann hier hängen, so Augen retten Ja bitte Voll Junkie mäßig so auf Heroin und so Ja man, Crack rauchen dabei, geil, Alter Richtig nice Zwei Heroin spitzen Heroin spitzen, alles dabei, Alter Crack rauchen, Junge Darauf freu ich mich über dich Digga, es gibt Leute, die rauchen Crack Überleicht die da Diese Crack-Teile Jetzt Moneyboy, ne? Ja, das ist schlimm genug Der macht das so süß Alter, der hat die Storys da erzählt Und dann muss ich wegfissen Was? Zündung? Zündung Doch, die ist gut Naja, einfach nur Scheiße Zehn Minuten Division Ich hab auch eine, ich hab auch eine Ja echt, komm Ich hör, ich hab auch eine Eine Sekunde Man weiß nicht schon was Lecherlich Da war was krasses drin, Alter Sicher? Ja, da war wirklich was krasses Lecherlich In der Mitte war was episches oder so Joa, da kommt so ne Crack, ey Warum hab ich jetzt geworfen? Du siehst ja, du Also das ist nicht weg Nein, oder so, Alter Das ist jetzt nicht vergessen, nein Ja Danke Meine Fresse, in Hardcore Boah, ich hab Kopfschmerzen, Alter Wie ist das denn? Weiß ich nicht, aber ich schau mir Vielleicht glaub ich ne Tablette rein, war Ja, ich hab doch blöd Ich hab jetzt auch Migräne Voll gut, Migräne ist richtig geil Das ist das Erste bei mir jetzt Vor kurzem auf dem Filten Ich schwör, ich liebe Migräne Also ich find das richtig gut Ich dachte ich werd nicht betroffen Wie asozial dieser Molotov Cocktail ist, Alter Diese Auge Tim ist da, Alter Tim macht Auge Guten Tag, Tim What up? Nein! Mann! Digga Junge, das ist ja unfassbar, Alter Wie kann man denn? Alter Leck mein Ei Warte Junge, ich bin ja das Das ist wirklich zu mir leid Allein zuhause wegen krank, Digga Was hast du? Faulfieber oder am Arsch? Erkältung oder Pest, Alter Ja, hoffen wir mal, dass die Pest ist Erkältung wär scheiße Oder Cholera oder so, Alter Ich glaub, die Pest bricht den Kapellen aus Alle haben auf einmal Pest, so, Alter Draußen auf den Straßen nicht überall scheiße So, weil alle einmal scheiße aufs Fenster kippen Mann! Ich weine einfach gleich, ne? Oh, ne, heute kam er denn noch nicht Ich hab ihn nicht mehr 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 Digga, was war das? Was war das? Ich schwör, Alter Was ist das denn für eine Runde, Alter? Aber Arzt hat Vierkant verschrien Muss ich beim Holz abholen Digga, bestell auf jeden Fall dem Holz schöne Grüße Und gönn dir dann mal zwei Wochen Urlaub beim Holz, Alter Da es richtig erfrischend war Schmeiß jetzt am Mistding, Alter Ja! Jawoll Fick! Alter 20 Minuten Division EP Was will ich damit? Lächerlich 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 Nein, Digga Nein, 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 Alter Ne, zieh ruhig kurz auf Ja, ja Xbox ist Türstopper, Bruder Xbox 360 Tür Digga, wir sind so reich Wir benutzen der Xbox 360 als Türstopper Wir tragen Kollegah Veneta Die Frauen sehen das zum Beispiel auch Diese Interview von Flair, das war das Beste, Alter Ich schwör's dir Wir tragen Kollegah Veneta Wat labert der Digga Charlie wird gesichert Sie erobern Able Wir haben A verloren Wir halten Charlie Wir verschaffen uns bei Baker Wucht Wir sind dem Vorteil Deine Gang Du Schlampe Ihr seht alle aus wie Junkies Wir nehmen Able ein Feindkontakt bei Charlie Charlie wurde überrannt Ja sicher, es sind 3 Leute bei C Ehrlich? Ja Wir halten Able Ihr seht alle aus wie Junkies Wackbarten Aufstehen Ich glaub ich hab Vorne Ich hab' den Kopf Ich hab' den Kopf Meine Nase juckt Warum genau jetzt, alter? Das wär' gut Sie nehmen Able ein Mit der Scheißegal Die Aufklärung sucht nach Zielen Ja, oder ich Wo, wo? Wo, wo? Wo, wo? Wo, wo, wo? Wo, wo, wo? Wo, 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 wo? Ja, ich renn rum, warte Ich renn rum Ich hab' den A sieben Ich hab' den A sieben Abwurf auf ihr Zeichen Sehr gut Wir sind bei B Ja, ich renn mal durch Divisionsartillerie feuert Zielposition bestätigt Lenkbomber abgeworfen Lenkbomber ist bereit Lenkbomber ist bereit Able wird abgeregelt Ich bin auf Gnadenlos Scheiße, jetzt bin ich um, alter Bleibt erobert Charlie Oh, fuck Charlie wurde überrannt Gegenangriff Ich lauf zu C Zwei Minuten dürfen jetzt um sein Ja, ist rum Jetzt hatte ich nochmal ein Dreier und ein Vierer Sagt, wie los ist es? Aufklärung in der Luft Wir nehmen Able ein Unsere Jagdmaschine greift an Stürmt weiter vor Der Feind erobert Able Hüppelkirch Feindkontakt bei Able Aufklärung in der Luft Wir haben A verloren Wir haben A verloren Hier ist die Wärme geblieben Du Jagdbel und dem Able Angriff auf das Ziel Abgeriegeled Oh, wir haben zu hassen Es ist unmöglich Doch was soll's Aber Able wird gesichert Strängbombe ist gestartet Aufklärungsflug abgeschlossen Ja, moin, danke Vorräte unterwegs Schützt die Abwurfzone Feindkontakt bei Charlie Die Abwurftzone Die Aufklärung sucht nach Zielen. Artillerie bereit für Befehle. Wartet auf Koordinaten. Primärbatterie feuert. Zielposition bestätigt. Spawn bei C. Ich hab die beiden weggerotzt. Schön. Erst bei Haufen. Abel wird abgeregelt. Alle Positionen gesichert. Die Aufklärung sucht nach Ziel. Ich hab keine Muni mehr. Na moin. Nur noch Pistole, Alter. Echt? Keine Ahnung, ich hab ne Sniper aufgemacht. Halbzeit, egal. Oh, ich hab siebze. Weißt du eigentlich, dass ich... Junge, wie sind wir denn mein... Granatengüttelkillheftung? Ich steh 23.1, ne? Echt? Ich schwör. Loll. Bist du krank? Voll am Ausrasten gerade gewesen. Was ist das? Hardcore Herrschaft. Übernehmt die Kontrolle. Rück vor und kontrolliert sie. Charlie wird abgeriegelt. C eingenommen. Der Meint hat Abel. Wir haben die Führung. Unsere Jagdmaschine greift an. Stimmt weiter vor. Vorräte unterwegs. Schützt die Abwurfzone. Abel wird gesichert. Aufklärungsflieger in Bereitschaft. Aufklärung in der Luft. Abel wird gesichert. Abel wird gesichert. Sie erobern Charlie. Aufklärung aktiv. Charlie wurde überrannt. Lenkbombe für Missionen bereit. Wir halten Abel. Die Aufklärung sucht nach Zielen. Die Aufklärung. Die Aufklärung. Die Aufklärung. Die Aufklärung. Die auf C eingenommen zu sein. Nein. Ich habe Follower gekriegt. Raps ist Hass. Raps ist Pitbull. King Sonny Black. Komm schon. Liga. Man braucht das so lange. Jagdpilot. Komm, rotz da rein, Junge. Wir sind alle hinten, alle bei C. C ist also der Sportfeld, die ist tot. Hatte ich Daten los. Hatte ich auch vorhin mal. Ja, geil. Ja, voll gut von dir, Alter. Was, was, was? Bitte, mach weiter so. Was, was, was? Bitte? Hast du auch verholst? Nein, ich hatte gar nichts. Glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Du hast das Mörser. Wir nehmen Charlie ein. Wir nehmen Able ein. Doch ihr stäubert über uns. Es ist Frank Wilde. Bro, nimm doch schneller rein, Digger. Fuck. Der Jagdflieger, ne? Der wer nick ist. Mein Gott, Alter. Ich will kill's, Mann. Was ist denn hier los? Ich renne doch schneller. Mein Daumen brennt schon, weil ich diesen Stick so vergewaltige, Alter. Nein. Na, du blöder Wichser. Ja, komm doch da raus aus deinem Scheißloch. Scheiße, jetzt hätte ich fast umgeholzt, Alter. No problem. Ja, moin. Wie geht's denn so? Jetzt reicht es mir, Alter. Ich schwör, gleich geht der Controller voll durch den Bildschirm durch, Junge. Ja da reserves ja im Aidens. Ja. Wie geht er? Ich besser, lass dich mehrere Prozent страшников auf dritts. ch, ne? Bis zum nächsten Mal.